Jede Eintracht-Fan hat im ersten Spiel Hattrick geschossen und bis jetzt, ich denke, sieben oder acht Spiele maximal haben wir es geschafft, im ersten Spiel drei Tore zu schießen. Ich bin nervös wie fast nie in meinem Leben. Ich kann euch ein bisschen was zeigen hier in der Kneipe und so. Ich bin Martin Fennin, ehemaliger Fußballer mit einem Jahr Profi-Fighter. Ich denke, ich habe es nicht geschafft.